0% Finanzierung, dahinter steckt mal wieder der Kai Gimler, grüß dich Kai. Hi Sven, hab ich gar nicht gesehen. 0% das bedeutet, ich habe einen Kaufpreis von zum Beispiel 3000 Euro bei diesem tollen Ghost Hybrid Carto und kann den einfach durch 36 teilen zum Beispiel. Das kannst du tun. Natürlich auch weniger, wenn du magst, das kommt ganz auf den Kunden an. Bis zu 36 Monaten finanzieren wir derzeit bis Ende nächsten Monats komplett alle Räder. Ja, jetzt haben wir hier einen Hardtail, nennt sich das Ganze, aber wirklich schon in einer richtig tollen Ausstattung. Damit kann ich schon über Stock und Stein. Ja, absolut. Wir haben hier ein Modell der Carto X-Serie. Carto X heißt bei Ghost, das sind die Hardtails, die etwas trail-lastiger sind. Das heißt, das Ding macht richtig Bock auf dem Trail. Das Ganze spiegelt sich wieder in einem entsprechenden Lenkwinkel, einfach eine verspielte Regimetrie. Ganz wichtig, wir haben Mixed-Size-Laufräder, sprich vorne 29 für ein gutes Überrollverhalten. 29 Zoll. 29 Zoll, genau. Und hinten 650 B+, also der richtig breite Schlappen für viel Traktion, damit du die Power dann eben berg hoch auf den Trail kriegst. Ja, da ist jetzt auch ein, ich sag mal, ein reiner Reifen fürs Gelände ist jetzt drauf. Das macht doch Sinn, oder? Ja, auf jeden Fall. Mein Gott, du kannst aber doch auf der Straße fahren. Das Schlimmste, was dir geblüht, ist halt ein bisschen höhere Geräuschentwicklung. Aber der Draht soll ja Spaß machen. Und eben gerade im Gelände. Und das kannst du mit der Bereifung absolut. Das heißt, wenn man den Luftdruck ein bisschen absenkt, zum Beispiel im Wald ist es matschig und so weiter, kann ich unglaublich gut die Traktion in den Waldboden bringen. Richtig. Luftdruck sprichst du gerade an. Das ist auch eigentlich der Hintergrund der dicken Reifen. Du kannst also hier den Luftdruck sehr stark absenken. Die meisten dieser Räder werden von uns ausgeliefert in tubeless, also schlauchlos, sofern der Kunde es möchte. Und dann kannst du natürlich extrem wenig Luftdruck fahren, weil es keinen Schlauch mehr gibt, der sich quetschen ließe. Okay, klasse. Da ist ein Shimano Motor mit drin. Das bedeutet, es ist ein Pedelec. Die Leistung, die ich reintrete, die wird praktisch unterstützt durch den Motor. Genau, die wird verstärkt. Du kannst es so vorstellen, übertragen gesagt, du stellst dir am Display ein, wie dick deine Oberschenkel ist. Aber treten muss letztendlich immer noch selber. Ja, man kann es aber auch so sagen, ich habe ja vorne jetzt nur ein Ritzel. Das ist bei Shimano gibt es, glaube ich, auch nur eins. So, und da, ich sage mal, indem ich die Power einstelle, kann ich praktisch das Ritzel nochmal, ich kann praktisch mehr Leistung auf die Straße bringen, oder? Ja, hat aber jetzt nichts mit dem Ritzel zu tun. Ja, weiß ich, aber ich habe zum Beispiel vorne, es gibt ja Räder mit drei Ritzeln. Das ist richtig. Und jetzt will ich den Berghof fahren, das geht jetzt schwer als Beispiel. Da mache ich einfach mehr Power rein. Das ist in jedem Fall auf durch die große Kassette hinten, wo wir hier zum Beispiel ein 42er Ritzel als größtes haben. Gibt es jetzt in anderen Modellen sogar noch größer, aber dadurch stellst du die Übersetzungsbandbreite nochmal her. Ja, haben wir ja eigentlich auch mittlerweile in Rädern, die keinen Elektroantrieb haben, dass wir nur noch einmal elf oder einmal zwölf Antriebe fahren. Der Vorteil ist ganz klar, hier vorne fällt diese gesamte Technik einfach weg und damit ja auch Schadensanfälligkeit, Verschleiß und so weiter. Ja, früher war es ja noch so, da war ein Umwerfer vorne noch da, der lag irgendwie im Weg, da gab es dann zwei Bautenzüge, die du einstellen musstest. Und da hast du ja müssen, sagen wir mal, innerhalb der Schaltung orientieren, da hast du ein Wissen, auf welchem Kettenblatt bin ich vorne, um hinten den entsprechenden Ritzel schalten zu können. Fällt alles weg heutzutage. Genau, das ist so. Ja, es gibt auch eine ganz tolle Bremse, ganz wichtig ist natürlich immer die Bremse, da sparen viele Leute. Hier ist eine Tektro-Bremse, klär mich auf. Genau, eine Zweikolben-Tektro-Bremse und wie du siehst, halt mit großen Bremsscheiben. Das ist mittlerweile auch Standard im E-Bike-Bereich, weil man muss ja einfach sehen, die Leute kommen mit den Rädern nochmal an Stellen, wo sie sich vielleicht vorher jetzt gar nicht überlegt haben, dass sie irgendeinen Berg hochfahren, wo sie dann den Trail nochmal runterheizen. Und deswegen haben wir also auch hier, wie früher bei Enduro- oder Downhill-Bikes, die großen Scheiben mit drin, 203 mm im Durchmesser. Ja, das Thema Wartung, ist das ungefähr vergleichbar mit einem Nicht-Elektro-Bike oder hat man einen geringfügig höheren Wartungsaufwand? Ja, den hast du natürlich beim Kettentrieb, aber ansonsten eigentlich wie beim normalen Rad auch. Und die Motoren und die Elektronik und vor allem auch die Akkus, das wird ja oft gefragt, muss man sagen, sind mittlerweile extrem zuverlässig. Also quasi wartungsfrei. Also da lade ich und lade ich, da muss ich kein Öl nachkippen, keine Batterieflüssigkeit, gar nichts. Das sind Lithium-Ionen-Akkus, die hier mit dabei sind. Das ist hier der Akkupack? Genau, mit 500 Wattstunden. Diese 500 Wattstunden, die bezeichnen sozusagen den Energiegehalt. Es gibt ja auch noch die 400er, die haben wir jetzt hier natürlich nicht drin. Das ist wie dann beim Auto, ob 40 oder 50 Liter Tank, so können wir ihn vergleichen. Weil die Motorleistung bleibt ja mal gleich. Es ändert sich nur die Kapazitätgröße des Akkus. So, wenn ich jetzt hier draufgehe, ich sehe jetzt hier, es ist im Moment sehr hell, deswegen flimmert es ein bisschen. Im Original flimmert hier gar nichts. Die Kamera zeigt das an. Das ist der Eco-Modus? Der Eco. Jetzt haben wir hier Trail. Ganz interessant, der ist beim Shimano-Antrieb adaptiv. Das heißt, der merkt also im Gelände selber, wie viel Power benötigt das Rad jetzt gerade und schaltet zwischen dem Motto hin und her. Merkt man nicht, funktioniert einfach nur saugut. Und wenn ich jetzt hier auf den Boost gehe, dann hast du mal den vollen Schub, also die vollen 70 Newtonmeter ballern dann richtig rein. Okay, das bedeutet, ich kann das so einstellen, dass ich zum Beispiel am Berg so gut wie gar keinen Widerstand habe und den Berg wirklich problemlos einfach hochkomme, bis zu welcher Steigung 20 Prozent geht? Das ist fahrtechnikabhängig, ja. Also dann geht es dann wirklich los, dann fahrst du mit dem Boost, von der Power her schaffst du das. Du musst dann wirklich gucken, dass du von der Gewichtverteilung her guckst, dass du hinten Traktions hast, aber vorne auch das Förderrad nicht hochgeht. Das ist dann tatsächlich wieder eine fahrtechnische Sache. 20 Prozent ist ja auch ein Hammer. Das ist schon fast... Ja, das ist eine glatte Wand hoch. Das ist eine glatte Wand hoch. Aber ich sage jetzt mal so typische Speilung 7 Prozent, die merkst du gar nicht, wenn du auf Boost gehst, oder? Nee, aber wenn man ehrlich ist, wenn man das Ding vom sportlichen Ansatz her bewegen möchte, möchte ich mir hier irgendwo auch bewegen. Und wenn nicht, geht es. Das wollte ich nur wissen. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ich will mich nicht überanstrengen, ich will mich einfach nur bewegen, denn jede Bewegung ist gut. Jede Bewegung ist gut. Und nochmal ganz klar, du musst was tun, damit du Unterstützung erhältst. Wenn ich aber Boost mache, ist das wirklich gering, was ich tun muss. Da muss ich fast nur antippen, oder? Klar, wenn dann an einer leichten Bergung bei Boost, da brauchst du nur zart zu fahren. Und wie gesagt, wir reden hier von 70 Newtonmeter. Das ist ja schon ein bisschen was. Alles in allem ist es nämlich. Das bedeutet, wir haben nämlich einmal hier ein ganz tolles Laufrad mit drin. Was ist das für ein Laufrad? Also hinten haben wir ein 27,5 Zoll Plus Laufrad und vorne das größere 29 Zoll. Das sind von Ghost gelebete Felgen mit Formulernamen. Okay, die halten für dich als, du bist ja selbst Meister, ist das gut? Absolut, klar. Okay, klasse. Also, ich fasse zusammen. Wir haben den Fahrrad 2.999 Euro. Das kann mit 0% finanziert werden. Das Ganze dauert ca. 10 Minuten, oder? Dann ist man durch, EC-Karte. Also einfach EC und einen Ausweis mitbringen und dann können wir das Ganze durchführen. So, jetzt haben wir noch gerade über das Leasing gesprochen. Ja, das Leasing machen wir gleich. Also 83,30 Euro wäre der Preis auf 36 Monate. Keine Finanzierungskosten. Einfach kurz vorbeikommen und das machen Leasing. Ja, es gibt noch eine Möglichkeit, wenn ich Gehaltsbezieher bin und ich habe einen Bruttolohn zum Beispiel von zweieinhalb. Habt ihr so ein Beispiel? Wir haben hier jetzt mal ein Beispiel durchgerechnet. Das geht davon aus, dass man zweieinhalbtausend Euro brutto verdient und ist in der Steuerklasse 1 oder 4. Die wären gleich. Da sieht man jetzt eigentlich schön, was passiert. Die Ersparnis. Das hier ist ja dann mal der Betrag der Finanzierung. Bei der Geschichte muss der Arbeitgeber eben mitspielen. Das Schöne ist, der Arbeitgeber kostet das nichts. Gar nichts, gell? Also, wenn er nicht will. Er kann natürlich was mit drauflegen. Aber wenn er nicht will, muss er sich nur anmelden, hat natürlich kurz den bürokratischen Aufwand. Und dann ist es so. Achso, die Anmeldung gilt auch für alle Mitarbeiter. Die muss er nur einmal anmelden. Das gilt dann für alle Mitarbeiter, richtig. Genau. So, und dann passiert Folgendes. Es gibt dann eine Leasingrate, die wird vom Bruttogehalt abgezogen. Jetzt geht das Ganze in die steuerliche Mühle. Und was dir netto nachher im Geldbeutel fehlt, sind in diesem Fall bei diesem Rat nur 53 Euro. Also 53,15 Euro. Ja, hier haben wir zufällig jemanden, der sich damit richtig gut auskennt. Hier ist der Andi. Grüß dich, Andi. Hallo, grüß dich. Ja, du bist Leasing-Spezialist. Ihr habt ganz viele Leasing-Firmen, mit denen ihr das zusammen macht. Wie heißen die? Bike Leasing, Euro-Rad, Job-Rad und Business-Bike. Das sind einige der wenigen Firmen, die es hier wahrscheinlich gibt. Job-Rad ist so der Gründer, die haben dann mit dem System angefangen praktisch. Bedeutet, ich habe jetzt einen Arbeitgeber zum Beispiel, der macht mit denen einen Vertrag, zum Beispiel mit Job-Rad. Genau. Dann komme ich zu euch, suche mir das Fahrrad aus. Genau. Dann lade ich ein Angebot praktisch hoch für den Arbeitgeber, der bestätigt das dem Mitarbeiter, seinem Mitarbeiter. Und wenn das dann alles durchgeht, kommt der Mitarbeiter, für uns der Kunde, zu uns und kommt sich das Fahrrad praktisch abholen in dem Moment. Das bedeutet konkret, dass ein 3.000-Euro-Fahrrad, der jetzt hier bei dem Beispiel entweder finanziert werden kann für 83 Euro oder für 53 Euro vom Nettolohn abgezogen wird. Exakt, richtig. Mit der Steuerklasse 1, bei dem Gehalt werden es dann 53,15 Euro. Exakt. Ja, das bedeutet aber auch eine Gehaltsumwandlung. Da muss ich noch was versteuern. Wenn aber der Arbeitgeber zum Beispiel sagt, du bist ein toller Mitarbeiter, ich lege dir die 56 Euro als Gehaltserhöhung drauf, dann ist es sogar steuerfrei. Exakt, richtig. Kai, das ist eine prima Sache. Ihr habt das unglaublich oft verkauft, das Thema Jobrat. Da haben einige so ein bisschen vor der Bürokratie Angst. Du kannst denen die Angst nehmen. Absolut. Vor allem in den Anfangszeiten war das so ein bisschen schwierig. Vielleicht ein kurzer Abriss. Die meisten Arbeitgeber sind dann erstmal zum Steuerberater und zum Rechtsanwalt. Und die hatten dann, oh mein Gott, 35.000 Bedenken, die aber alle so nicht stattgefunden haben. Weil diese ganze Struktur ist ja feststehend, ist staatlich gefördert. Es gibt überhaupt gar nichts rechts und links von dem, was diese Leasinggeber vorgeben. Das ist aber schon lange her. Das ist lange her. Weil wir haben mittlerweile gute, große Referenzkunden und das war so ein bisschen der Eisbrecher, weißt du. Wenn dann Gewerbetreibende oder halt eben Arbeitgeber wissen, okay, der macht schon, der macht schon. Dann muss es ja irgendwie funktionieren. Und mittlerweile sind diese Vorbehalte wirklich weggebrochen. Ja, genau. Es gibt auch ganz viele Firmen, die schon mit dir kooperieren. Du darfst zum Beispiel über eine mal sprechen. Das ist Globus hier in Saarlouis. Sicherheit, klar. Globus Saarlouis ist dabei. Das heißt, wenn man dort arbeitet, kann man direkt zu dir kommen. Die haben einen Rahmenvertrag schon. Richtig, genau. Die kommen dann einfach her. Ist auch so eigentlich laufend der Fall. Die kommen zu uns rein. Wir laden, beziehungsweise Andi lädt das Angebot hoch. Also Kuhn lädt sich bei uns ein Rat aus. Ist eine ganz normale Beratungsgeschichte bei uns. Und dann steht letztendlich die Entscheidung zu dem Rat. Und dann geht das Ganze seinen Weg. Also ich passe nochmal zusammen. Das Carto hier im Wert von rund 3.000 Euro muss ich nichts bezahlen. Sondern ich kriege vom Nettolohn dann 53,15 Euro abgebucht am Ende der drei Jahre. Das sollte man dann natürlich tun. Dann zahle ich 300 Euro. Richtig. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Also das hängt ja davon ab. Leasingabgeber. Wenn ich natürlich noch mehr Geld verdiene, das heißt, ich habe zum Beispiel brutto 3.500, dann ist die Steuersparnis eventuell noch höher. Genau, richtig. Das heißt, ich habe noch weniger vom Nettoabzug. Ja, eigentlich eine prima Sache. Das müsste eigentlich jeder machen, der arbeitet, oder? Machen mittlerweile auch wirklich viele. Es machen mittlerweile wirklich viele. Und genau das ist das Ding. Es sind jetzt mittlerweile viele Leasingräder auch im Rat. Was weiß ich, da einen kennt, einen Nachbarn, der das hat und so weiter. Viele rennen jetzt dann auch zu den Arbeitgebern und möchten das durchsetzen. Und die Chancen werden immer besser. So, wir sind tatsächlich in Leasdorf, hätte ich fast gesagt. Nee, wir sind im Buß, sind wir. Und da vorne ist nämlich die riesen Rostwurst, spätestens jetzt weiß jeder. Wir sind nämlich im EKC in Buß. Hier ist auch der Rewe und da ist der Eingang zu Kai Gimler. Du hast ein riesengroßes neues Geschäft aufgemacht vor circa einem halben Jahr. Ja, im November war das, ne? Diesen Schritt aber war nötig, oder? Ja, absolut. Hier haben wir jetzt einfach auch für uns, haben wir hier super Arbeitsbedingungen. Sowohl von den Laufwegen und allem auch für die Kunden eine schöne, helle Präsentation. Passt alles. Also nur Vorteile. Ja, man kann sogar im Laden, kann man sogar Probe fahren, wenn es mal regnet und so weiter. Ansonsten kann man hier prima auch die Probefahrten auf dem Parkplatz hier machen. Das klappt gut. Natürlich, in dem Parkplatz ist das eh erwähnenswert, weil ich glaube, da sind wir ziemlich einzigartig mit so vielen Parkplätzen vor der Tür. Ja, ihr habt hunderte von Parkplätzen, kostenlos alle vor der Tür. Wo findet man dich ganz genau? Im EKC in Buß? Im EKC in Buß, genau. Das ist einfach, sagen wir mal, von der Autobahn Richtung Endstoff abfahren und dann Richtung Bußortseingang, da sind wir zu finden. Also wer das EKC findet, findet auch uns. Also man kann auch in Google eingeben, EKC Buß oder direkt Kai Gimler, dann findet man nicht die Öffnungszeiten bei dir. Dienstag bis Samstag, 10 bis 18 Uhr durchgehend. Ja, 10 bis 18 Uhr, Kai Gimler, ein Zweiradmechaniker, Meisterfachrichtung Fahrräder. Genau. Das Ganze auch in Frankfurt gelernt. Ich bedanke mich vielmals bei dir und viel Spaß. Und wenn Sie mal ein Fahrrad kaufen möchten, kommen Sie zum Kai. Kommen Sie zu uns. Danke, ciao. 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 Ciao.